So meine Lieben, ich muss mal wieder ein bisschen improvisieren, ja, Paris, die Stadt der Liebe, Champs-Élysées, Seine, Montmartre, ja, man denkt, man, Paris, ey, echt ne super Stadt, ja, genau, hier auf dem Flughafen sieht man erstmal, was verranzt ist, ja, also, der Pariser Flughafen ist sowas von komplett verranzt, ja, dass man eigentlich dieses ganze Ding nur noch schließen könnte, ja, man wartet in einem nach hochkonzentrierter Buttersäure riechenden, ja, zehnmal 20 Meter großen Käfig darauf, dass einer der drei Polizisten mal ganz in Ruhe im Palast kontrolliert, ja, gut, dauert auch nur mal eben so lockere 40 Minuten, ja, so, genau, ich muss mal eben kurz gucken, okidoki, und, ja, wir gucken mal, wie es weitergeht, ja, vielleicht verpasse ich gleich noch meinen Flug, wäre eine super Sache, ja, und ich sage Tschüss Paris mit mir nicht wieder, ja, macht's gut, bis dann.